Der entscheidende Punkt ist doch, dass die Gier, und leider gibt es kein besseres Wort dafür, gut ist. Die Gier ist richtig, die Gier funktioniert, die Gier klärt die Dinge, durchdringt sie und ist der Kern jeden fortschrittlichen Geistes. Gier in all ihren Formen, die Gier nach Leben, nach Geld, nach Liebe, Wissen hat die Entwicklung der Menschheit geprägt und die Gier?